Okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Insight. Ganz genau, wir mit unserem roten Pulli haben uns auf die Reise begeben. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt am Laufen sind. Aber irgendwelche Leute mit Masken, solche GLPs, die wollen uns fangen. Und das dürfen wir nicht zulassen. Deswegen sind wir am Wegrennen, I think. Keine Ahnung, okay, wir sind schon wieder draußen. Letztes Mal waren wir auch auf so einem Bauernhof, ganz cool. Und haben so komische, ich weiß es nicht, Kringelskreise, Kugeln gefunden, Party-Disco-Pop-Dinger da, keine Ahnung. Bei denen man irgendwas rausziehen musste und ich bin mir sicher, das ist für die 100% wichtig. Aber keine Ahnung. Ja, und jetzt sind wir hier und sehen, da sind noch andere Guys. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr greift uns nicht an, oder? Perfekt. Danke. Ganz kurz, kleiner Tipp. Ihr seht ein bisschen müde aus. Wenn ihr euch besser fühlen wollt, dann lasst doch gerne ein Like auf diesem Video da. Das gibt euch ein gutes Gewissen und mich freut es auch. Das könnt ihr natürlich auch tun. Danke. Das ziehen. Nee, nee, schieben. Die Kette geht runter und dann kann ich hoch. Nein, schieben wir es doch jetzt dahin. Ach ja. Und hoch. Wo sind richtig Kettengeräusche? Schön, wie das klingt. Sollen wir jetzt wieder rüberschwingen natürlich? Das reicht, glaube ich. Perfekt. Durch das Fenster. Ah, nee. Man muss es aufmachen. Okay. Okay. Ich muss noch sehr viel... Will ich hier lang? Nur Vögel. Okay. Will ich überhaupt... ...da lang? Und ich würde gerne mal ein bisschen mehr Story haben. Wobei, wir haben bei Little Nightmares auch nicht wirklich eine Story. Da wird uns nichts erzählt. Wir spielen einfach nur. Und das ist auch das, warum ich dieses Spiel ausgesucht habe. Dass wir dieses Spiel... Ich will da drüber. Ich erinnere mich. So, und da konnten wir rüber. Genau. Bei Inside ist es ja genauso. Äh, bei Inside, genau. Bei Little Nightmares ist es genauso, dass man eben keine Story hat. Und deswegen habe ich auch dieses Spiel... ...rausgesucht. Weil eben, weil ich dachte... Yo, okay. Das hat auch keine Story. Man startet in einer random, düsteren Welt. Und... Ja. Deswegen dachte ich mir, ja, das passt doch safe. Nein, ich bin runtergefallen. Nicht so gut. Aber ein Glück, dass ich euch das immer schneiden kann. So. Und da wären wir auch schon wieder. Ähm, ich schiebe das jetzt runter. Diesmal falle ich nicht mit. Perfekt. Ernsthaft. Oh, wir spawnen sogar hier oben. Wie nett. Okay, also runterschieben. Ich bin noch zurückgelauert. Ich darf ja nicht X gedrückt halten. Ihr glaubt nicht, das ist komplizierter, als es aussieht. Das heißt, werfen und nach rechts und sprungen. Oh, das ist so knapp. Oh mein Gott, ihr glaubt es nicht. So, dann können wir hier hin. Hier hin. Und von hier an die Leiter und runter. Perfekt. So, dann geht's zurück. Ich lasse X trotzdem gedrückt. Man weiß nie, was kommt. Eh. Eh. Muss ich da jetzt runter, oder? Da bin ich vorher gestorben. Jetzt nicht. Da. Ich seh das. Hab ich vorher schon gesehen. Aber ich seh das. Dann haben wir wieder so'n Teil. Ganz seltsam. Hier ist aber nichts Besonderes. Doch, ne Taschen... Ne, ist keine Taschen. Was ist das für Zeugs? Ich würd's ganz gerne wissen. Naja. Ist ja auch egal. Wir gehen einfach mal weiter. Hat dieses Game Soundtrack? Ich erinnere mich. Das war so grausam, dieses Rätsel. Wir müssen... Die zwei Guys laufen in entgegengesetzte Richtung. Und wir müssen es irgendwie schaffen, dass sie sich beide auf dieses Ding draufstellen. Ich weiß aber nicht so ganz wie. Das war so geplant. Das hab ich schnell hingekriegt. Ihr dürft mir dafür mal auf die Schulter klopfen. Stellt euch einfach... Tippt einfach zweimal auf meine Schulter. Das Problem ist damit, ähm... Wenn ihr's auf dem Handy macht, spult ihr zurück. Und wenn ihr mit der Maus zweimal klickt, dann... Ist okay. Aber die meisten Leute gucken YouTube auf dem Handy. Ganz weird. Ich weiß gar nicht, warum ich dann hier überhaupt in 4K aufnehme. Oder beziehungsweise in 2K. Ist ja egal. Ihr guckt ja auf dem Handy und euer Handy hat safe kein 4K-Display. Mein Handy hat ein 4K-Display. Kaum zu glauben, aber wahr. Ich seh ne gelbe Linie. Ich hab die Leiter gesehen. Hier haben wir noch so'n Ding. Hier läuft Musik! Das ist sogar aufgegangen. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass es auch so FNAF Easter Eggs hat. Dass wenn ich jetzt die Helligkeit um 200 Grad erhöhe, dass links da irgendein Gesicht auftaucht über mir. Keine Ahnung. Das Spiel gibt mir auf jeden Fall so Vibes, weil es sehr düster ist auch. Dass es eben solche Secrets enthält. Keine Ahnung, ob dieses Game überhaupt irgendwelche Secrets hat. Außer jetzt diese gelben Dinger. Ich hoffe mal nicht. Weil ich hab Stand jetzt noch keine gefunden. Außer die gelben Dinger. Oh, nicht runterrutschen. Hat er eigentlich einen Namen? Er hat safe keinen Namen. Wobei Six hat einen Namen. Also müsste er auch einen Namen haben. Oh, bloß nicht einbrechen. Nein! Ich hab keine Ahnung, ob das gut war oder schlecht. Nee, ich will mal kurz sterben. Da kann man runterklettern. Mal wieder. Ich will wissen, ob wir da oben spawnen. Bitte. Okay, man kann doch nicht runterklettern. Nein, wir sind da... Was ist, wenn man da... Vielleicht ist es auch gescriptet, dass man da gar nicht erst rüber kann. Aber wenn man könnte. Könnte da oben vielleicht ein Secret sein. Kann ich... Laden? Ist aber sehr weit hin. Vielleicht könnte das hier laden. Kann ich auch schon die späteren laden? Ah, Leute, wir starten direkt hier. Okay. Ich hab mich gehalten. Glaubt es mir oder klar. Leute, wenn man hier runterfällt, sieht man das sogar. Okay. Ich wusste nicht, dass man laden kann. Das kracht jedes Mal ein. Toll. Dafür bin ich jetzt zurückgelaufen. Toll. Ich glaube, ich schneide den ganzen Ort einfach raus. Nee. Ihr wollt ja auch was haben, dass ich hier so ein bisschen irgendwie was mache. Oh, hier geht es runter. Oh, die sehen uns aber nicht, oder? Sonst würde es hier nicht runtergehen. Oh, da ist eine Kamera. Jetzt genau in dem hellen Streifen. Das... Okay. Okay. Ihr seht mich nicht. Ich bin unsichtbar. Wir kommen... Ah, jetzt kann ich durch. Perfekt. Laufen. Ich will da hoch. Hallo. Halt doch nicht die Leiter fest. Da geht es nicht weiter für uns. Dieses Game ist so gut ausgeklügelt. Oh mein Gott. Was macht der Hebel? Kann ich den ziehen? Ja. Ui. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt wollte. Dürfen wir den Licht scheinen? Glaubt mal eher nicht. Das ist die Devise. Hä? Nein, nein, warte mal. Wir gehen mal... Nein. Hör doch auf. Mann, ich drücke auch immer X, Mann. Ich bin auch blöd. Ich bin auch so verendet, wie wir. Vielleicht zuerst aufmachen. Ja. Dann zurücksteppen. Strom an. Und dann diesen roten Knopf, der extrem leuchtet. Aktivieren. Ich glaube, so ist das gedacht. Hallo? Lauf, 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 lauf. Stopp, stopp, stopp. Atmen, 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 atmen. Nicht vergessen. Lauf, 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 lauf. Atmen, 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 atmen. Entspannen. Laufen. Und hoch. Okay. Mit X drückt man auch Knöpfe. Gut zu wissen. Wir hatten bis jetzt nämlich noch keinen. Wir brauchen einen Namen. Wir brauchen einen Namen für ihn. Ihr braucht keinen Namen in die Kommentare schreiben. Das Let's Play ist wahrscheinlich fertig, bevor Little Nightmares 2 fertig ist. Bin ich mir sicher. Das Game soll nämlich nicht länger als zwei Stunden gehen. Ich springe hier jetzt nicht. Wobei, was, wenn's da... Wobei, da unten... Willst du da unten was geben? Okay, das bricht gar nicht. Hätte ja sein können. Nein, nein! Okay, das ist aber gescriptet. Ich dachte, wir könnten... Sieh auf, Mann. Die sehen dich. Lauf, lauf um dein Leben. Hallo? Kann ich nicht laufen? Lauf so weird. Hä? Ich muss dasselbe machen wie die. Damit ich nicht auffall. Macht ja Sinn. Ich bin ein Roboter. Was ist mit diesen Dudes los? Die sind weird. Ey, ich hab immer Angst, so aus dem Rhythmus rauszukommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leute, da hinten sind Leute. Ich muss springen, oder? Ja. Die beobachten uns. Da sind auch Kinder mit solchen Masken. Warum ich nicht auffalle mit meinem roten Hemd, weiß ich nicht. Okay, da hinten müssen wir uns umdrehen. Wie drehe ich mich um? Einfach nach links drücken? Oh. Ja, aber wir sind doch auch ein Kind. Hallo, akzeptiert mich. Nur weil ich einen roten Pulli anhabe. Boah, war das knapp, glaube ich. Boah, Synchronität durchgespielt. Boah. Diese Kamera ist weg. Heißt das, ich muss gleich zurennen? Nee, da ist ein Hund. Ich renne nicht zu. Ganz ordentlich. Nee. Hör doch auf. Wow. Aua. Okay. Weiter geht's. Nee. Nee, 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 nee. Komm nur her. Komm nur her. Wow. Das ist so knapp. Ja, wuff, wuff. Ja, da hast du Pech gehabt. Da bin ich nämlich weg. Auf und davon. Wie Superman. Tam, tam, tam. Geh mal hier runter. Dankeschön. Hier. Ja, da schiebe ich die Kiste doch drauf, oder nicht? Ich verstehe. Was war daran jetzt das Rätsel? Weird. Oder verstehe ich irgendwas nicht? Nee, für mich war da jetzt kein Rätsel. Oder habe ich schon wieder irgendwas geskippt? Warum soll ich hier zwischenhalten? Okay, da drüben geht's weiter. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Wir sind ja eher. Und wir müssen jetzt... Macht das Sinn an diese komische Denkkappe? Ich weiß, ich habe zu viel Flash geschaut. Und... There is one again. Das ist auf so viele Art und Weisen skurril, dass es schon wieder witzig ist. Und jetzt sind wir nur noch der eine, weil der andere... Oh mein Gott, ist das cool. Hä? Hä? Wieso kam ich nicht viel früher auf, die Idee, das mal durchzuspielen? Nice. Da sind Leute... Geht's nicht weiter? Da ist ein Hebel. Ich muss den Dropdown meines Lebens dahin legen, oder? Ich gehe ganz nach links. Nee, die Leute kommen. Mach schneller. Was ist das? Ja, perfekt. Ins Wasser. Ich habe Erfahrungen mit Wasser gemacht. Hier links könnte es ein Ultra-Secret geben. Ah, ja. Kann ich da rein? Nee, jetzt muss ich hoch. Ich ertrinke. Warte, hole Luft. Da unten konnte ich aber auch nicht rein. Was soll ich denn jetzt da mit? Links, links, links. Erst links gucken. Ah, vielleicht brauche ich das irgendwie, um aus dem Wasser rauszukommen. Kann ja sein. Keine Ahnung. Oh, wir sind schon wieder beim Ende der Folge angelangt. Ja, jetzt machen wir das hier aber noch fertig. Sind wir dann mal bald da? Ja, sehr schön. Ja, wir brauchen das, um hier aus dem Wasser rauszukommen. Genau. Wie es da oben auf der anderen Seite des Lüftungsschachts aussieht, sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da. Und ja, dann Inside das nächste Mal wieder dabei. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020